Willkommen zurück zu Lara Croft und The Temple of Osiris und wir sehen hier ganz wilde schießwütige Mädels darunter zum Beispiel die Kati hallo und die Ness Vate hallo und natürlich unsere Gastgeberin die Shiva hallo hallo ich habe das geklaut ich kann sie gar nicht im Moment herhaben viele bunte Kisten was ist das denn cool ich nehme einfach ein Badaster sonst seid ihr nachher ich habe ein gewöhnliches Amulett ich nehme die größte vorhanden jetzt verstehe ich das auch das hieß nicht dass wir das wir so und so viel bei der Kiste opfern sondern dass wir nur noch so und so viele Steine haben die großen kosten jetzt zum Beispiel 500 und ich habe nur noch 29 verstehe jetzt verstehe ich das ist sehr traurig ich muss mal in mein Menü gucken ich muss auch vielleicht mal was habe ich denn da bekommen ich habe voll viele Ringe ich habe die Doppelhandkanonen die finde ich ja sexy Bombenradius ich finde die Shot immer noch am besten die Triple Shot so ich habe meine Feuerrate erhöht ich bin so cool Giftprojektile das finde ich sexy das nehme ich ich mag aber auch den Stab voll gerne das ist auch cool ja aber jetzt guck mal jetzt habe ich jetzt bin ich Lara Croft in 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 easy style dum 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 wow ich fühle mich auch ziemlich cool ich kann meine Klamotten ändern ich habe Lara Überlebenskünstler Outfit Lara Eiskletterer Outfit das Original und Lara Traditionell das Original hat Mega Möpse ich habe auch Mega Möpse komm ich zieh mal Mega Möpse an habe ich jetzt Mega Möpse wo ist noch mal wo ist noch mal die Zoom-Taste Zoom-Taste gibt's gibt's das? ne gibt's nicht leider nicht schade keine Mega Möpse für euch also sprich im Endeffekt hast du dein klassisches Outfit mit Mega Möpsen ja guck mal Mega Möpse seht ihr das könnt ihr sehen hier die wackeln sogar wie damals so wo müssen wir jetzt hin ach so ja 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 Tier Hand und so wär aber da ein kurzes Spiel da müssten wir ja nur noch zwei Sachen einsammeln das wäre traurig aber ich glaube auf der anderen Seite sind noch so ein paar von den Dingern zwei, vier, fünf jeweils auch ja ich glaub noch ein Walchen es gibt hier auch noch die drei in der Mitte hier bestimmt auch noch und dann auch da haben wir ein bisschen was zu tun so auf wie geht's wo müssen wir hin? Moment ich glaub die Statue hier unten zeigt uns den Weg wieder ach ja genau da leuchtet sie mal an Nessi leuchtet leuchtet ich bin da ja bin da besten wo ist Westen hier also eigentlich da drüben aber vielleicht wenn wenn er hat er jetzt eigentlich hier lang gezeigt macht er denn da ich glaube er ist verwirrt doch mal äh wo was okay ja das äh chick wollte ich machen gehen wir mal hier hin okay vielleicht hier da ist schon wieder der Kopf haben wir den schon eingesammelt eigentlich schon ne welcher Kopf? der rote da unten den haben wir aber vorhin schon geholt ja wollte ich sagen ist ja komisch der kommt immer wieder stimmt wo seht ihr denn den Kopf? hier oben ach du seht den gar nicht ach du hast den nur eingesammelt du bist meine Mutter wie kannst du mir das antun? aber ich kann den gar nicht einsammeln ja ein komischer Kopf es tut mir leid mein Sohn stirb nicht ich heile dich ach wie geil ey jetzt bringen sie sich schon gegenseitig um wegen dem Kopf oh was ist das? wie cool ach cool die dreht sich bestimmt wenn wir ja wenn wir da irgendwas aktivieren denk ich mal oder? bei Regen bei Regen ja ah wir brauchen Regen aber niemand will Regen Regen ist doch ich will Regen ja ich will auch Regen aber nein wir gehen auch nicht runter oh das muss jetzt nicht sein ein Meer voller Stacheln wir brauchen Regen aber wir gehen jetzt weiter wir gehen jetzt einfach hier hin Richtung Westen wo ist denn Westen? ach guck mal hier wir haben doch hier diese Kugel bekommen ach ja können wir auch mal machen ah klar so noch ein Stück oh okay stopp 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 Nessi du musst mich nicht immer beschützen ich geh immer auf Risiko okay in diesem Spiel Nessi musst du sie einfach immer sterben lassen bei jeder Möglichkeit einfach sterben lassen ja ah okay wir sind schon richtig super ah da oh optionale Herausforderungsgräber ja ist das das? ja cool oh die sind immer so cool und knifflig aber so cool und knifflig aber auch vor allem ja Vorsicht oh Vorsicht oh ein Rätsel ne nicht schon wieder ich werd nicht drauf wenn man da rüber läuft komm stacheln oder was ja wir müssen alle vier Schalter machen wahrscheinlich ja jeder muss auf einen okay ich geh dahin sehr gut war ja gar nicht so schlimm ne aber da hinten kommt noch mehr ja ich bin so glücklich ich bin so glücklich schwimmen schwimmen endlich mal wieder baden oh jetzt genau einer darf die ganzen Dinger einsammeln noch ein Weg oh nein wo jetzt ach da hinten ich stehe so das heißt ihr müsst rüber springen oder warte ich spring rüber na gut dann spring ich rüber okay Mist Mist mich hat's erwischt wo bin ich aaah verwischt ihr seid alle schon ein bisschen kamikaze unterwegs hier ganz dezent hat doch geklappt so Goodies einsammeln Goodies Hallo wieso bin ich denn jetzt verreckt warum läuft sie denn nicht ordentlich madame ich weiß nicht warum bin ich denn jetzt noch mal verreckt da bin ich denn jetzt wieder Hallo hattest du nicht gerade gesagt man sollte dich immer töten oder so nein dich Hupsi Jagdgewehr Jagdgewehr cool ja durch solche ähm 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 wie heißt das wie heißen diese Gräber optionale Herausforderungen genau durch diese durch diese optionalen Herausforderungen kriegt man neue Waffen oder kann man halt neue Waffen kriegen oder halt auch gute Amulette oder sowas aber im alten Spiel hatten wir wirklich nur eins was was wo wir richtig lang drangesessen haben oder das mit dem Feuer da haben wir richtig lang drangesessen ja bis heute noch das war so schön aber war das nicht sogar im normalen Gebiet und nicht in einem optionalen Grab ne ne war glaube ich optional weißt du nicht das mit dem Seil und dem Feuer ja aber das ist jetzt wenigstens ist das jetzt bei uns so hängen geblieben dass wir das nie wieder vergessen das heißt sollten wir an so einer Stelle kommen vier dann wissen wir sofort was wir machen müssen die Brücke geht fort wer hat die Brücke geht fort wir haben jetzt alles zusammen wir sind zu schwer wir sind zu schwer na die haben hier mit Feuer begonnen ihr seid zu fett ja ich geh ja schon ich will meinen Stab wieder mein Stab ist viel lustiger du musst den erschießen John ja hab ich doch so weise mir den Weg dankeschön ich bin verletzt ich will da hoch gut ich dann nimm dir ein Wollten wir keinen Regen machen guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal da oben ist was da oben ist was da ist ein roter Kopf der hat ihn sich geschnappt na toll ich muss ja auch mal ich bin die Isis hallo ich bin eine wir brauchen hier schon wieder wow wie bist du denn da hoch gekommen cool ja was treibt ihr denn hier ich fühl mich hier oben wohl wir gucken nach Goudini also ich überlege so wo ich die Kugel herkriege und ihr sammelt alles ein Arbeitsteilung naja einer muss ja denken boah ich suche ständig meinen Zielcursor ne ja ich auch ich suche ständig meinen roten Ring und denk mir dann immer so wo bin ich wo ist die Kugel oh was hast du gemacht äh Kugel ich wollte nur die Kugel toll ach du siehst ja aus wie wirklich in so einem alten ich lebe von alt aus ja das war lustig au was soll ich hier oben was soll ich hier oben ähm es muss eine Schwachstelle geben weg da 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 Ich bin voll tot! Ich bin fast tot! Wo bin ich denn? Oh, ich bin da. Da liege ich. Vorsicht, Vorsicht! Ich möchte wiederkommen. Ob man einen noch so beleben kann wie im ersten Teil? Ja, kann man mit B. Habe ich schon vorhin bei Nessie ausprobiert. Aber ist ja nicht so schlimm. Ein paar Sekunden später kommt man ja wieder. Es wäre nur schlimm, wenn wir alle vier gleichzeitig stehen. Das gibt's doch einfach nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Was ist los mit dir? Oh, meine. Ich bin fast, ich bin fast, ich bin da. Kleines Sneakerschen gemacht, so. Oh, wow. Ich hab's geschafft! Juhu, goodies! Wie's so abgeht! Wohin brau... Ach, da! Viel schon, ja zu spät schon. Einmal rennt sie wie wilden Hüder, goodies! Das ist normal. Ich seh aus wie die alte Levercroft aus dem ersten Teil. Habt ihr das gesehen? Ja, deswegen sag ich ja, du hast halt schon gute Anhalte. Guckt euch das an! Oh Gott, siehst du schrecklich aus. Entschuldigung! Damals war das noch eine super Model-Grafik. Gern, zieh mich jetzt um. Ich schließe zehn Skarabänen auf Stachefaden auf. Oh je, oh je, oh je. Und Apeps Feueratm. Schließe dieses Skarab in weniger als sechs Minuten ab, ey. Wie will man das schaffen? Das schaffen wir, komm! Apeps Feueratm, okay. Was ist Apeps Feueratm? Das ist bestimmt ein Gegner, weil wir den nämlich innerhalb von weniger als drei Minuten besiegen sollen. Oh Gott, siehst du so alt aus. Du siehst echt scheiße aus. So dünn. Der Vergleich war schön. Du hast keine Lippin. Ich hab gar nichts mehr, ich muss mich umziehen. Das geht gar nicht. Genau, gönnt ihr mal ein paar Polygone hier. Ja, genau. Ich hab mich mal warm eingekleidet. Man weiß ja nie, wann der Regen kommt. Bist du jetzt wieder menschlich? Das ist schön. Ja, ich bin jetzt wieder menschlich. Kugels. Kugels! Ja, das ist so euer Ding, wa? Ja. Das macht Spaß. Biii! Was tun wir hier? Ach, was ist das? Ui. Ach, das ist eigentlich so Spiegel-Rätsel-Zeugs. Aber wozu? Das ist ja cool. Müssen wir bestimmt irgendwie drehen und dann auf das Goldener lenken. Ne, wahrscheinlich eher auf die, auf die, auf die Dings. Auf das Tor. Ach so, okay. Macht ihr mal. Ich sammle die Buddies ein. Oh, aber irgendwie... Funktionier doch! Oh! Ah! Und hier die Kugel müssen wir jetzt kaputt machen. Ich glaube, wir müssen beide drauf, Nesvarte. Ach so. Du auf die eine und ich mit der anderen. Oh! Ne, einer muss den Stab halten, damit die Kugel hier runterkommt. Ah! Und dann muss einer den Strahl auf die Kugel machen. Ich... So ungefähr, oder? Ja. Und dann runter damit? Und dann? Das gibt aber keinen Sinn. Nein, nicht auf das Tor. Warte. Hier muss einer stehen. Ah! Oder halt so. Und dann muss hier die andere Kugel, die muss mit anvisiert werden. Gleichzeitig. Das ist ja süß. Bis die explodieren. Ach, Entschuldigung. Die müssen sich gegenseitig auslöschen. Das ist ja knuffig. Da oben ist noch so ein Schädel. Stopp, hier ist ein Schädel. Was? Oh! Komm nicht dran! Doch, ich komm dran! Alle drauf! Alter Mann hier! Oh! Oh, das ist ja fies! Ich bleib mal hier stehen. Ich weiß nicht, was... Ich bleib mal hier stehen. Ach, die sollen wir ja aufspießen auf den Dingern. Ja. Oh Gott. Aber das ist ja leichter gesagt als getan. Ich glaube, dazu müssen wir erstmal da runter, dann müssen wir die theoretisch hinlocken und dann... Herzlichen Dank. Also irgendwie finde ich das doof. Ich glaube, da spießen wir ja eher uns auf, oder? Ja. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das war's. Ich hab auf jeden Fall ganz viel Heilung. Oh! Hey! Wieso bin ich tot? Nur wegen der Kugel! Wieso bin ich so grau? Ja, wir sind alle so komisch grau. Mhm. Ich glaube, weil der Typ redet. Voll. Nee, ich glaube, das ist... Dann erkrauen wir. Dann erkrauen wir vor... Wir sind stark vor... Jetzt müssen wir alle drei... Ja, ja. Alle drei Kugeln müssen wir jetzt, ähm, aktivieren. Okay. Einer kann das ja mit dem Spiegel machen und der andere schießt einfach auf das andere. Spiegel hoch, dann wird die Kugel getroffen und ich schieß auf die hier. So. Jawoll. Yay! Ich hab das super gemacht. Ich hab nur zugeguckt. Ja, das hab ich gemerkt. Das ist wieder ein roter Schäde. Deswegen muss ich von hinten hier hinkommen, um den scheiß Schalter zu drücken. Meins, 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 meins. Oh, Sturmgewehr. Oh, Sturmgewehr. Sturmgewehr. Also, ich weiß gar nicht. Juchu! Aber wenn ich für Waffen nutzen soll, ich nutze nur meinen Stab. Ich hab es gut. Ja. Das klingt ganz schön viel für den Anfang, ne? Hm. Jo. Jo. Weiter geht's hier. Weiter geht's. So. Ach ne. Geht doch mal weg, lass mir doch mal frei drauf. Entschuldigung. Ach, da können mehrere drauf. Cool. Einer hüpft genug da rüber, ne? Ja, warte. Sehr gut. Juhu. Oh! Ah, ach so. So, dann komm ich auch rüber. Und wie kommst du jetzt rüber? Ja, äh... Ja, ne? Hüpfen, oder? Hüpfen, ja. Ja, ja, doch. Ja, perfekt. Sehr gut. Wo bin ich denn? Ach, da bin ich. Oh. Oh nein. Das könnte schwierig werden. Spiegelschilder. Na, toll. Das ist bestimmt der Typ mit dem Flammendingster-Bomster, was wir da machen sollen. Das ist bestimmt Apepepep. Apepepep. Oh nein, das sind so viele. Oh, noch mehr. Oh. Ich komm nicht nach. Hilfe. Ich bin gefangen. Der kommt mir so nah hier. Ich renne. Na, jagt sie einfach in die Luft. Okay. Jawoll. Aber nicht euch. Das klappt sehr gut. Ja, nicht uns. Aber sonst alle anderen. Fertig. So, haben wir es? Da lebt noch einer. Ah, da ist noch einer. Vorsicht. Ui. Sehr schön. Wie sie mich immer sprengen will, die Nessi. Ich war das gar nicht. Ich in diesem Fall. Aber nein. Oh nein. So. Okay. Los geht's. Das ist auch dreist, oder? Kathi bombt es hier frei und ich sammle es ein. Das ist wirklich frech. So, also Dings runter und Nessi muss dann das Teil jetzt... Jetzt müssen wir erstmal die Spiegel dann entsprechend verschieben. Ja. Okay. Das ist jetzt die Frage. Einer muss mal den Strahl anmachen, damit wir überhaupt wissen, wo der Strahl überhaupt Also ich denke mal, wenn sie hier drauf zielt... Warte mal. Sie müsste ja eigentlich so drauf ziehen. Genau. Oh, das ist ja schon mal super. So. Und jetzt müssen wir den hier... Ah, und der andere? ... noch so verschieben, dass... Äh, warte. Nee, noch ein bisschen zur Seite. Ja, noch ein bisschen. Ja, noch ein bisschen. Ja, fast. Ja, fast. Ja, fast. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Jetzt. Na, fast. Jetzt. Jetzt. Nein. Ja. 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 Das könnte funktionieren. So, und jetzt musst du, Nessi, da hier durch. Okay. Oh, Entschuldigung. Ach so, kann ich... Warte doch. Sekunde, ich habe die falsche Sache ausgewählt, deswegen klappt es gerade nicht. So. Ja, aber wir müssen ja alle kugeln gleichzeitig. Das heißt, eigentlich muss ja einer... Einer muss den Strahl so leiten, dass der überall hinkommt. Wuch. Das heißt, wenn... Ich kann das Ding nicht... Weil sobald Nessi den Stab runterlässt, ähm... Ja. Außer... Ne, das klappt ja auch nicht. Wenn wir den da oben verschieben... Müssen wir mal gucken, von welcher Seite wir anfangen. Hm. Äh... Vielleicht wenn wir hier oben anfangen, oder so. Ich habe gerade überlegt, ob wir so dann durch, dann da den treffen, dann hier den treffen, und der dann der trifft, aber ich glaube, das passt nicht so ganz von... Verschieb den mal so entsprechend. Ne. Das geht ja nicht durch. Ne, das geht nicht. Hier würde es gehen, auf der anderen Seite. Hm. Hm. Also das geht auf jeden Fall so. Hm. Der wäre schon mal aktiviert. Aber der kann ja nicht durch Wände. Hä? Ne, geht nicht. Außer man muss sie vielleicht von einer anderen Position... Sprengen kann man das nicht, ne? Ah! Jetzt müsst ihr nur noch den einen... Oh, warte, 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 warte! Oh! Ja, geil! Ja! Wuhu! Yeah! Yay! Schönes Rätsel! Ja, super! Sehr gut! Sehr cool! Das war ein cooles Rätsel. Ja! Auf jeden Fall! So, mach die Fackel an! Mach die Fackel an! Mach die Fackel an! Mach die Fackel... Wo müssen wir hin? Ringt auf meinen Kopf! Achso! Doink, doink! Tschüss! Ja! Erstmal heilen! Achso! Lara! Hahahaha! 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 Ich komm ja schon! Hahahaha! Nein, ich wollte hier auch einmal was sprengen! Ich hab dich hier auf meinen Kopf springen lassen! Das ist schon ziemlich nett! Das stimmt! Ich spring mir gerne auf den Kopf rum! Ui! Tttt! Vorsicht! Ah! Ui! Wow! Ich hab vorgewacht! Da ist irgendetwas! Boom! Oh! Wir müssen vorsichtig sein! Oh, nee! Ich kann nicht vorsichtig sein! Müssten wir gleich wieder rennen! Ich hab auch so das Gefühl! Oh! Oh! Jetzt kommt Arpepe oder so! Ah! Oh, ist das schön! Ah, Pepe! Ich nenn ihn Pepe! Pepe! Hey! Pepe hat mich vollgerollt! Pepe soll diesen Gegner durch seinen Kammatzen! Da! Ihr müsst die Kugeln an seinem Schwanz kaputt machen! Welche Kugeln? Wo? Au! Da! Oh! Das hat gebrannt! Ich komm da nicht ran! Er hat im Moment nur... Ne! Er hat zwei! Er hat zwei! Warte! Ach so! Hier! Cool! Sehr gut! Cool! Wir müssen durch seinen Feuer atmen! Jetzt auf ihn? Ne! Jetzt drauf schießen! Drauf schießen! Ach so! Verstehe! Ja! Warte sie! Durch deinen Feuer atmen! Tu es! Ja! Tu es! Hike! Nein! Wo spielst du hin, Pepe? Pepe scheiße! Au! 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 Das ist die falsche Gegner! Hier ist die Gegner! Ich komm echt hier nicht klar! Das sind so viele Sachen auf einmal! Nein! Du musst doch nur so ein Vieh in Flammen sitzen! Wow! Auf einmal sind es sogar drei! Er hat mich umgebracht! Ne, vier! Entschuldigung! Ihr müsst mal auf die Dinger rauf gehen! Oh, Vorsicht! Kann mich jemand wiederbeleben oder so? Wo bist du denn? Wo bist du? Ach da! Ich lieg da so auf dem Boden in so einem roten Kreis! Ich bin froh, wenn ich mich selbst finde! Ich bin jetzt aber am Arsch! Oh danke! Ja, wir sind jetzt weiter am Arsch! Das ist schön! Warte, warte, warte! Au! Wie ging das wiederbeleben? Mit B! Aber ich bin jetzt wieder drin! Ich bin tot! So, warte! Ich überleb dich wieder! Danke sehr! Wir brauchen auf jeden Fall die... Wir brauchen die Spiegel! Erstmal müssen wir die Gegner ganz kurz! Hey, ist so viel Feuer und alles! Ja, wir brauchen jetzt auf jeden Fall die Spiegel! John, ab auf einen Spiegel! Einen Spiegel! Auf eins stelle ich die Kugel! Den da! Darf ich die Kugel hier lassen? Oh, das soll ja! Oh ja, genau! Die Kugel, die Kugel, die Kugel! So, wir brauchen alle vier Spiegel! Und dann kann jetzt jemand durchschießen! Oh! Entschuldigung! Oh, Pepe, Mann! Du bist ja schon wieder da! Nein! So, ihr braucht die richtige Posation! Ich stelle mich hier drauf, dann könnt ihr euch bewegen! Okay! Ja! Das sieht gut aus! Das sieht gut aus! Das sieht gut aus! Sehr gut! Sehr schön, Nessie! Draufschießen! 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 Ich schieß daneben! Oh, das ist so kurz nur! Ja! Woran... Woran sterbe ich denn immer? Oh, da ist dieser Feuersolder aus! Ein Pepe! Hier, Pepe! Du Affe, ey! Pepe! Hier! Du musst den ja töten! Der rafft das nicht, was jetzt gehen soll! Ach, der ist ja riesig! Pepe, guck mal hier hinter dir, der Mensch! Äh! Jetzt noch nicht mehr! Oh, da hinten kommt wieder einer! Uh! Aua! Ja, ich schieß die ganze Zeit auf sein Schild! Das kann ich sehr gut! Ja, ich auch! Du sollst die doch in Flammen setzen, mein Freund! Was ist los bei dir? Aber doch, die brennen doch! Ne, die brennen ja von sich aus! Das ist ja unfair! Technisch! Das ist ja nicht dasselbe! Oh, Pepe hat mich gebissen! Wow! Geh weg, lass mich! Ich bin vergiftet! Also ich muss sagen, der Typ, geh mir auf den Keks! Mach ihn platt! So, hier! Jetzt aber! Ich stell mich hier drauf, das müsste gehen! Und da die Kugel! Na komm, bleib da! Oh! Ja, komm, sehr gut! Sehr gut! Nein, halten! Halten! Der Bildschirm bewegt sich die ganze Zeit nicht, wenn er explodiert! Wo bin ich? Hast du's? Ja! Sehr gut! Oh, Vorsicht! Entschuldigung! Jetzt ist es auch fällig! Ich hab hier gerade mit gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen! Jetzt ist es auch fällig! Es klappt gleich! Also irgendwie... Alter jetzt! Du musst das länger halten! Das muss länger aufladen da! Ja, wenn die Gegner nicht dauernd kämen, wäre alles gut! Komm schon! Oder Kathi muss mithelfen! Vielleicht braucht ihr zwei! Nee, ist doch okay! Aber es geht ja nicht! Hä? Wieso klappt's nicht? Vielleicht dauert's jetzt länger! Es passiert einfach nichts! Die letzte Mal! Bild was? Hä? Na komm schon! Aber Kathi muss doch mithelfen! Wir haben ja nur zwei Kugeln! Ja, dann muss sie mit den Hauern stellen! Nein! Nee, den Spiegel braucht ihr ja nicht! Wuh! Jetzt geh weg! Vielleicht! Hä? Vielleicht kommt's jetzt auch auf die Seite an! Au! Hm! So! Nessi, mach du einfach... Mann, kannst du mich mal in Ruhe lassen, verdammte Axt altern! Geht gar nicht! Ah! Gegner, Gegner! Ich beschütze euch! Beschroffelsnett! Macht ihr mal weiter! Wir haben jetzt beide voll drauf! Hallo! Pepe! Hier! Pepe! 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 Guck, guck! Da hinten! Da unten! Was? Da unten! Ah! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Was soll ich machen? Einfach wieder so wie eben! Okay! Ihr müsst die Spiegel nochmal aktivieren! Ja, oder so bitte! Pepe! Pepe! Ha! Hui! Das war jetzt ein bisschen peinlich! Wieso geht der denn nicht? Ja! Ja, wir haben den Schwanz nicht gesehen! Ja mein Gott! Tja! Kann passieren! Kann man mal übersehen! Ja! So ein Schlankenschwanz, ne? Je nachdem wo der sich rumschlängelt! Ja, liebe Leute! Das war ein kleiner Kampf mit Pepe! So hier! Pepe! Als Ende für den Part ist das einfach schön! So und irgendjemand hüpft noch bitte auf mich rauf! Ja! Warte, ich komme! Wenn du drauf stehst, kommen wir alle auf sie! Ah! Schön! Reicht schon noch! Das ist sehr nett! Schön! Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Genau! Und wir verabschieden uns! Tschüss! Tschüss! Tschüss!